Hier haben wir das Zimmer 71-52, super schönes großes Zimmer von Helden, mit Badewanne, traumhaft schön, alles da was man braucht. Schönen großen Fernseher, Schreibtisch, Stuhl zum Lesen, zwei getrennte Betten, Wasserkocher, ganz, ganz toll. Ein Blick zum Innenhof haben wir, haben wir es natürlich ganz ruhig, hier geht man dann unten raus, super schön. Ich bin der Hubert, wenn ihr Fragen habt zum Hilton Hotel Airport Frankfurt, einfach unten auf Gefällt mir drücken, seht ihr weitere Videos oder ihr könnt mich unten anrufen, helfe ich euch weiter, kann euch auch den Zimmer buchen. Wenn ihr Lust habt, wenn ihr einen frühen Flug habt, ist es halt immer schön, wenn man ein Zimmer hat und geht drüber, checkt ein und kann dann direkt wegfliegen. Ganz, ganz einfach und schön luxurios. Bis dann, ciao.